Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der vierten Etappe des Rundwanderwegs Biesbau unterwegs. Start ist heute Bischmissheim und Ziel Oberwürzbach. Wenn ihr wissen wollt, wie die 18 Kilometer lange Etappe ist, dann kommt mit. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so gut bin. Das war's für heute. ein Das war's für heute. Das war's für heute. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden. Man geht auch an zwei Wanderhütten vorbei. Einmal die Dorndorfhütte, die vom Saarwaldverein bewirtschaftet wird und an einer Pfälzerwaldhütte die Heinrich-Kohl-Hütte, die am Stiefel ist. Dort war es richtig lecker, Daumen hoch dafür. In der Dorndorfhütte ist es natürlich auch sehr sehr lecker, aber die hatte heute leider zu. Wenn euch diese Wanderung auch gefallen hat, dann würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann, Ciao, Ciao! 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 Das war's für heute. Musik Und einmal die Pfälzerhütte vom, na shit Heinrich Kohl, wahl Nicht Kohlwald Ich bleib jetzt stehen